Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Ich heiße dich hier herzlich willkommen. Heute geht es um ein sehr, sehr cooles Thema, denn wir geben dir hier heute einen Fünf-Schritte-Plan an die Hand, wie du an mehr Kundenleads kommen kannst für deine Firma. Viel Spaß dabei. Ja, Kundenleads generieren, darum geht es in diesem Video. Was heißt das letztendlich? Letztendlich Kundenleads sind ja Kundenanfragen, eben Leute, die Interesse haben an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung. Wie das funktioniert und was auch der wichtigste Schritt ist, den verraten wir dir am Ende, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen. Ich bin hier mit dem Alex, den kennst du ja schon hier vom Kanal. Und ja, wir kümmern uns jetzt darum, wie kommen wir an mehr Kundenleads. Und ja, Schritt eins dafür. Alex, du kannst ja mal weitermachen. Ja, das ist erst mal ein Angebot definieren. Das bedeutet, viele sagen immer, ja, ich brauche mehr Kunden. Dann fragen wir immer als erstes, ja okay, für welchen Bereich denn? Wie viel Auftragswert soll es sein? Was ist die genaue Anforderung? Und da machen sich die meisten gar keine Gedanken darüber. Die sagen einfach, ja, ich brauche mehr Kunden. Ist ja klar. Und das Problem ist halt, dass du, wenn du einfach nur nach mehr Kunden suchst, für niemanden spezifisch bist. Wenn ich jetzt sage, hey, ich bin der Experte für Outdoor-Küchen zum Beispiel. Also alles, was rund um draußen ist und kochen, da bin ich der Experte für. Wenn ich jetzt draußen kochen will, würde ich zu dem gehen. Wenn ich sage, ich bin der Experte für Küchen, würde ich wahrscheinlich nicht zu dem gehen. Vielleicht würde ich irgendwann mal nachfragen, aber ich würde den jetzt nicht sofort im Kopf haben. Und das ist das Gleiche, wenn du zum Arzt gehst. Der allgemeine Arzt sagt erst mal, wo das Problem ist und dann gehst du aber immer zum Facharzt, wenn du ein größeres Problem hast. Weil der allgemeine Arzt einfach dafür nicht als kompetent eingeschätzt wird. Ja, wir haben das hin und wieder. Da kommen Partnerbetriebe zu uns und sagen, ja, die machen dann zum Beispiel Gartenpflege oder sowas. Und die sagen dann, ja, ich will einfach nur Leute, die auch irgendwas im Bereich Gartenpflege haben wollen. Nur jetzt muss man sich bewusst machen, der allgemeine Kunde sozusagen, der hat ja ein spezifisches Problem, was er lösen will. Der will zum Beispiel den Garten neu geplant haben. Der will zum Beispiel Rollrasen verlegt haben. Ja, der will einen Pool haben. Genau. Der will was ganz Spezifisches. Und da musst du dir eben bewusst machen, dass wir eben nicht mit so einem Bauchladenangebot werben wollen, um eben Kundenleads zu generieren, sondern wir müssen ein ganz spezifisches Problem oder ein ganz spezifisches Produkt aus unserer Palette oder eine Dienstleistung aus unserer Palette bewerben. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich will mich da jetzt nicht festlegen oder so. Ja, gut, dann kannst du aber mehrere verschiedene Einzelnen bewerben. Ja, aber du musst dich erst mal festlegen, worauf willst du jetzt den Fokus legen? Wenn du jetzt im Möbelhaus bist, willst du jetzt den Fokus legen auf Küchen? Willst du Sofas oder Polstermöbel generell? Oder willst du generell irgendwie andere Möbel, Schreibtisch etc.? Da musst du dich eben erst mal festlegen, in welche Richtung soll das jetzt genau beworben werden? Das muss ja auch nicht dabei bleiben. Du kannst die ja initial reinholen für zum Beispiel Polstermöbel und verkaufst dir nachher eine Küche und danach auch noch einen Schreibtisch zum Beispiel. Das kann ja alles gehen, wenn die dann bei dir vor Ort sind. Nur wenn es rein darum geht, erst mal den Lead zu gewinnen, dann musst du auf jeden Fall erst mal nach außen spezifisch sein, sonst wird es keiner relevant finden. Ja, also das betrifft wirklich jede Art von Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen. Du musst dich erst mal jetzt festlegen, wenn du jetzt schnell Kundenanfragen, Kundenleads bekommen willst, musst du dich erst mal für einen Bereich festlegen, der vielleicht für dich am lukrativsten oder am besten ist. Genau. Der zweite Punkt ist eigentlich relativ simpel. Du legst die Zielgruppe fest, die du genau haben möchtest, beziehungsweise legst fest, wo die sich aufhält. Natürlich kann man sagen, jede Zielgruppe hält sich irgendwo auch überall auf, aber du stellst den Ort mal fest für dich, wo die sich am meisten aufhält, wo du sie am ehesten erreichen kannst. Das ist ganz oft, muss man ganz klar sagen, das sind ganz oft Online-Medien, weil Leute einfach täglich online sind und man da halt fast jeden abholen kann. Aber hier muss ja einfach klar sein, wo willst du die Leute abholen? Das kann auch mal sein, dass du sagst, hey, du suchst zum Beispiel eine ganz spezielle Sorte von Kunden und diese ganz spezielle Sorte von Kunden geht initial erstmal in irgendeinen Baumarkt rein, wo du weißt, die sind immer da, aber kriegen die, was sie wollen. Dann hast du zum Beispiel für den Baumarkt ein Plakat, sowas kann auch funktionieren. Sagst, hey, du suchst das und das, komm zu mir. Kannst du auch spezifisch abholen. Oder die Leute sind irgendwie in einem Neubaugebiet oder so. Ich will schon mal alle abgreifen, die jetzt zum Beispiel gerade ein neues Haus gebaut haben oder so, dann mache ich vielleicht irgendwie ein kleines Plakat nochmal in das Neubaugebiet. Oder also online hast du schon recht, erreicht man die Leute natürlich am besten, aber es kann natürlich immer mal sein, dass man für eine bestimmte Aktion eben einen bestimmten Kanal als besser empfindet und deswegen da erstmal Zielgruppe festlegen. Genau. Nächstes Thema ist Aufmerksamkeit wecken natürlich. Es ist einfach nur zu sagen, hey, wir sind die Coolsten, wir sind die Bessens relativ langweilig, da muss irgendwas Geiles sein, das muss irgendwie knallen, das muss cool aussehen, das muss im Kopf bleiben. Ganz, ganz gut funktionieren zum Beispiel Bilder von hochwertigen Sachen, die halt gebaut wurden, die aber irgendwie ein bisschen speziell aussehen. Manchmal funktionieren auch Menschen gut, die in der Kamera gucken, auch Videos können funktionieren. Da muss man immer gucken. Da kann man aber gleich noch zu, wie man da rausfindet, was gut funktioniert. Letzten Endes, wichtig, die Aufmerksamkeit muss geweckt werden. Es kann jetzt nicht einfach nur sein, dass da dann steht, yo, kauf was bei uns. Das wird nicht funktionieren. Das muss irgendwie geil sein. Also die Aufmerksamkeit, die weckt man ja durch, entweder durch Bilder oder Videos oder aber auch eben durch Texte. Also es gibt ja auch hervorragende Werbetexte, die zum Beispiel online stehen oder auch in der Zeitung oder in Magazinen oder so stehen, wo ein Bild daneben ist. Und man kann auch mit sehr, sehr guten Werbetexten eben dafür sorgen, dass Leute Aufmerksamkeit schenken. Und eben auf dein Produkt oder deine Dienstleistung aufmerksam werden. Deswegen, das ist die Kombination aus Bild, Video und Werbetexten. Ja, vielleicht mal so eine Idee zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, du willst irgendwie Pflege, nicht Pflegepersonal, sondern du willst halt Leute gewinnen, die einfach Pflegebedürftige haben. Da könnte man zum Beispiel so schreiben auf dem Werbblock, sie sind behindert. So denken wir erstmal, what? Was soll das? Und genau deswegen helfen wir. So zum Beispiel drunter. So was würde sofort Aufmerksamkeit wecken. Und da kann ein Text rundherum stehen, würde man sich durchlesen an der Stelle. So was zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch unser tägliches Brot, solche Sachen dann halt zu entwickeln. Und dann konkret zu schauen, wie kann man da die Aufmerksamkeit eben wecken. Aber da gibt es viele coole Ideen, was man da macht. Oder so was Einfaches wie Bauherren in Dortmund sind überrascht über diesen Trick. Direkte Ansprache ist auch so ein Thema. Genau, also da kannst du dann einfach sagen, Bauherren aufgepasst. Bauherren in Dortmund aufgepasst. Oder Bauherren in Dortmund sind überrascht über diesen Trick. Und dann kannst du damit sofort sozusagen dir die gewünschte Aufmerksamkeit holen und die Leute reinholen. Genau. Der vierte Punkt ist auch klar. Es muss eine Handlungsaufforderung geben. Oder der vierte Schritt. Das heißt, es muss irgendwie klar sein, was muss ich jetzt machen, wenn ich Kunde bei dir werden möchte. Das ist im besten Fall, dass man sich direkt irgendwie melden kann. Am besten nicht, dass man irgendwo anrufen muss, mit irgendeiner Mail schreiben muss. Sondern wirklich so ein einfaches Formular oder sowas, wo man sich direkt melden kann, wo ich mich eintragen kann. Wo du dann die kontaktieren kannst, die Leute. Also die Handlungsaufforderung muss da sein. Wenn du da ein Interesse hast, dann melde dich jetzt, indem du das und das und das machst. Das muss halt kommen. Handlungsaufforderung sollte halt möglichst einfach sein. Also im Idealfall hast du immer eine direkte Möglichkeit, dich einzutragen über ein Formular oder so. Sowas wie melde dich bei uns oder so ist nicht so ideal. Wenn du im Print zum Beispiel unterwegs bist, dann kannst du zum Beispiel noch eine Telefonnummer hinschreiben. Oder heutzutage, was auch an Popularität gewonnen hat, ist auch ein QR-Code. War früher auch nicht so gerne genutzt oder auch gerne benutzt von den Endspunkten. Aber jetzt auch durch die vergangenen Monate und Jahre wurden QR-Codes ja auch immer häufiger benutzt. Und dadurch kannst du die auch in deiner Werbung nutzen, sodass du auf einem Plakat zum Beispiel unten einen kleinen QR-Code einfach in die Ecke machst. Und dann können die Leute eben das auch einscannen und schnell dann auf deine Seite kommen. Und das Letzte und eigentlich das Wichtigste ist tatsächlich die Optimierung. Weil wenn du einmal diese vier Sachen wie ausgedacht hast und es einmal getestet hast und da keine Erfahrung drin hast, du wirst es mal feststellen, du fällst erstmal hin. Das wird erstmal nicht funktionieren oder wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann musst du gucken, woran liegt das jetzt? Ist die Zielgruppe die falsche? Erreiche ich die falsch? Liegt es an der Aufmerksamkeit wichtig weg oder liegt es daran, wie sich Leute eintragen oder melden sollen? Und das ist halt das Thema, wo dann die Werbung steht und fällt mit. Wir haben selber ungefähr zwei bis drei Jahre gebraucht, um diese vier Schritte für uns damals, für die Produkte, die wir vermarktet haben, hinzubekommen. Das ist also nicht einfach. Aber mit dieser Optimierung hast du am Ende halt sehr viele Möglichkeiten. Weil wenn du dann transparent messen kannst, wo ist das Problem? Dann wirst du feststellen, okay, es gibt immer einen Punkt, wo du viele Leute verlierst. Und wenn du diesen Punkt aber löst, anstatt jetzt irgendwas anderes zu testen, einfach so auf gut Glück, wenn du wirklich an diesem Punkt gezählt arbeitest, dann hast du auch ein viel größeres Ergebnis plötzlich raus. Und das ist, wie gesagt, dann besteht und fällt irgendwo alles. Die Optimierung muss dann da sein. Du musst dann halt schon irgendwo messen können, okay, wie viel Geld habe ich jetzt ausgegeben? Wie viele Anfragen sind reingekommen? Und wo sind die vielleicht auf dem Weg auch hängen geblieben? Einige, ne? Und wenn du das machen kannst, dann kannst du auch sagen, okay, das Bild hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert, dieser Text war gut, diese Ausgangsweckungsmaßnahme war gut, die war nicht so gut. Und dann kannst du eine Maßnahme bilden, die wirklich sehr, sehr hoch profitabel ist, mit der du halt richtig, richtig gut Anfragen gewinnst und richtig gut auch Umsätze, Aufträge danach eben schreiben kannst. Ja, wir denken, da waren wieder einige Sachen dabei. Auf jeden Fall einmal in die Kommentare gerne schreiben, was du schon probiert hast, und wo du schon gut und nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Und ansonsten natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen und wir sprechen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.